Hallo und herzlich willkommen zu den eBV Tipps und Tricks. Mein Name ist Carsten Werner und heute zeige ich euch meine Vorgehensweise, um Bilder in Lightroom zu entwickeln. Hierzu mache ich Lightroom am Auf und habe hier das Bild von Marco, das ihr alle kennt aus der eBV-Gruppe. Ihr habt ja auch alle schon heftig kräftig daran gearbeitet und verschiedene Versionen eingestellt. Danke nochmal an Marco hierfür zur Verfügungstellung für dieses Tutorial. Ich fand es einfach sinnvoll, wenn wir hier ein Bild verwenden, an dem ihr sowieso schon gearbeitet habt, um einfach mal zu gucken, wie gehe ich hier vor, wie mache ich das in Lightroom, wie ist meine Entwicklungstechnik, um aus so einem Bild ein fertiges Bild zu machen. Vielleicht eine kleine Zwischeninfo noch, es ist natürlich alles Geschmackssache, ich ziehe die Regler dahin, wo es mir gefällt, weil das Bild ist für mich in dem Moment, wenn ich hier irgendwas entwickle und dementsprechend kann es natürlich sein, dass der eine oder andere sagt, ich hätte es lieber anders gemacht, lieber ein bisschen entsättigt, lieber ein bisschen kontrastiger, lieber ein bisschen weniger Kontrast und und und. Ist alles überhaupt kein Problem. Ich zeige euch nur, was die Regler machen und wie ihr das Bild dann fertig machen könnt und wo ihr die Regler hinschiebt und wie der Look nachher bei euch von dem Bild ist. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Da gibt es kein richtig und kein falsch, das ist wirklich alles kreativ und das ist Geschmackssache. Wir sind jetzt hier im entwickeln Modul. In Lightroom arbeitet man sich normalerweise immer von oben nach unten durch. Man kann das aber auch komplett kreuz und quer machen, je nachdem was man da für eine Arbeitsweise bevorzugt. Obwohl Lightroom eigentlich so aufgebaut ist, dass man eben von oben nach unten arbeitet, sitzt die Kamerakalibrierung, die man prinzipiell zuerst machen sollte, ganz unten. Warum das so ist, kann ich euch nicht sagen. Man muss es aber akzeptieren. Ich klicke jetzt einfach mal hier drauf, öffne dieses Panel und habe jetzt hier eine Zeile Profil, Adobe Standard. Hier kann man auch wieder draufklicken und dann öffnen sich hier verschiedene Möglichkeiten. Kurze Info dazu, mit diesen Möglichkeiten versucht Adobe die Entwicklungseinstellungen, die ihr in euren Kameras habt, so ein bisschen zu simulieren. Das heißt, das was bei euch als JPEG rauskommt, wenn ihr da auf Landschaft, Portrait oder sonst was die Kamera einstellt, versucht Adobe hier so ein bisschen nachzustellen. Und das ist als Basis, um damit zu arbeiten, teilweise gar nicht schlecht, wenn man die Kalibrierung mal ausprobiert und sich das anschaut, was einem gut gefällt. Also wenn man zum Beispiel jetzt mal hier auf Portrait umschaltet, dann wird es ein bisschen dunkler, ein bisschen grauer. Ja, auf neutral. Ja, wird ein bisschen entsättigt. Ich denke, für das Bild wird mit Sicherheit die Landscape, also Landschaft, gut aussehen, weil wir hier so ein bisschen Sättigungsverstärkung haben, bei einer sehr angenehmen Kontrastierung von dem Bild. Also das gefällt mir jetzt schon sehr gut. Und auf der Basis arbeite ich jetzt weiter. Die Kalibrierungen verschieben übrigens keinerlei Regler in Lightroom. Das ist also wirklich eine Sache, eine Bildkalibrierung, eine Bildanpassung, die unter der Oberfläche stattfindet und auf der eure Bearbeitung dann aufbaut. Das erste, was ich im Prinzip mache, abgesehen von der Kalibrierung, ist, ich schaue mir das Bild an und überlege, ob ich das vom Zuschnitt her so lassen will oder ob ich das zuschneiden will. Und das ist auch wirklich hier ganz oben das erste Werkzeug unter dem Histogramm. Ist das Zuschneidewerkzeug einmal draufgeklickt, kommt hier dieser Rahmen mit den ganzen Anfassern ringsrum und ich kann einfach hier wild drauflos das Bild zuschneiden. Auch der Zuschnitt ist wie alles in RAW und in Lightroom nicht destruktiv. Das heißt, diese Einstellung, so wie ihr es jetzt hier seht, mit dem grauen ausgeblendeten Rahmen, wird nicht abgeschnitten und weggeworfen, sondern bleibt wirklich nur ausgeblendet und ihr habt das immer zur Verfügung und kommt immer wieder drauf zurück. Da gibt es sicherlich jetzt auch die Frage, ja, warum schneidest du so viel ab und kann mir doch ein bisschen mehr vom Hund drauflassen. Ich, es geht auch hier wieder um meine persönliche Einstellung, was ich tun würde. Und da ist es einfach so, dass ich sage, bei dem Porträt geht es mir jetzt wirklich hier um diese Intimität von dem Hund, um die Nähe, um den tiefen Blick und das schöne Gesicht und hier auch so ein bisschen dieses struppige Gefell. Und was hier unten, der Brustanteil und die Beine, was hier noch drauf ist, ist für mich nicht besonders bildaussagekräftig, nicht besonders wichtig. Und deshalb schneide ich es einfach ab. Also das wäre jetzt so ein Bild, wie ich es in der Kamera nach Möglichkeit versucht hätte zu gestalten, weil dann hätte ich für diesen Ausschnitt eben die Pixel von dem ganzen äußeren Feld zur Verfügung. Der äußere Rahmen ist im Prinzip bei dem Bild die Sensorgröße gewesen. Und um dieses Bild jetzt hier auszuschneiden, schmeiße ich alles an Bildqualität, was ich hier außen hätte mitverwenden können, um die Auflösung in den Augen, an der Nase und in der Feldstruktur besser darzustellen. Das schmeiße ich alles an Qualität weg. Und dafür habe ich eigentlich beim Kamerakauf viel Geld ausgegeben, um die Qualität zu haben. Deshalb versucht, gerade bei solchen Portraits, wo ihr in Ruhe euch mit der Brennweite oder mit der Nähe auseinandersetzen könnt, versucht einfach wirklich formatfüllend zu arbeiten. Und dann bekommt ihr eben auch die maximale Qualität aus eurem Sensor. Ich bestätige das jetzt hier und klicke wieder auf dieses Rähmchen. Und dann habt ihr sofort ein Bild, was meines Erachtens regelrecht anspringt vor lauter Intensivität. So, dann gehen wir in das Grundeinstellungsmenü. Und hier ist eigentlich, ja, ich würde sagen, hier passiert 85% von der Gesamtentwicklung des Bildes mit diesen paar Reglern hier. Weil da kann man die Farben und die Helligkeiten, die Kontraste alles mit einstellen. Mir ist jetzt hier bei dem Bild wichtig, diese gefährdeten Stellen, die so kurz vorm Ausfressen sind, von der Feldstruktur zu retten. Oder zu entspannen. Und dazu ziehe ich den Lichterregler, weil das sind hier Lichter. Das sind also keine weißen Töne, sondern das sind Töne kurz vor weiß. Also das sind die Lichter. Dafür gibt es den Regler hier. Nehme ich mir den Regler und schiebe den einfach mal nach links. Und man sieht, die Feldstruktur kommt hier sehr schön wieder zurück. Kann ruhig hier auch bis Anschlag gehen. Das ist alles eine absolut optische Geschichte. Je nach Bild kann es sein, dass es zu viel ist. Wir haben hier schon so ein bisschen, dass es ein bisschen gräulich wird. Aber das ist hier in dem Fall meines Erachtens absolut in Ordnung. Ihr seht auch immer, wenn ihr auf diese Regler geht, welchen Bereich im Histogramm ihr hier oben bearbeitet. Also da, wo ich mich aufhalte, gibt es immer so ein bisschen hellgraueres Feld. Und in der Ecke vom Histogramm steht, welches Feld es ist. Und wenn ich jetzt hier auf die Lichter gehe, dann sehe ich, dass es von hier bis da ungefähr ist. Also wir sind hier voll im Lichterbereich mit unseren meisten Farben im Bild oder mit unseren meisten Tönen. Und wenn ich die Lichter hier unten auf den Regler gehe, seht ihr, dass da oben auch der gleiche Bereich markiert wird. Also das ist verknüpft mit dem Histogramm hier oben. So, die Tiefen würde ich jetzt in dem Fall einfach hier so diese dunklen Bereiche versuchen, noch ein bisschen Struktur und Details wieder reinzubringen. Also ziehe ich mir die ein bisschen hoch und hell mir das auf. So finde ich das jetzt schon ganz cool. Jetzt haben wir natürlich sehr stark an Kontrast verloren. Wir haben die dunklen Bereiche heller gemacht und die helleren dunkler. Also haben wir so einen Kontrastverlust im Prinzip in das Bild reingezeichnet. Aber das kriegen wir jetzt wieder hin durch die Anpassung der Weiß- und Schwarzregler. Das sind jetzt noch im Histogramm die absoluten Randbereiche, die wir jetzt noch beeinflussen können. Und wenn ich den Schwarzregler nach unten ziehe, also abdunklern, seht ihr, wie der Kontrast wunderschön wieder ins Bild reinkommt. Und so sieht es super aus. Ich kann mir bei den Reglern die Alt-Taste mir zu Hilfe nehmen. Wenn ich kontrollieren will, wo mir die Schwarzbereiche wirklich ausbrechen, drücke ich die Alt-Taste, greife mir den Regler. Und hier kann ich jetzt, wenn ich nach links weiter rüber gehe, sehe ich, wie immer mehr Bereiche ins Schwarz abrutschen. Aber selbst auf 100 Prozent, wenn ich die Alt-Taste jetzt nochmal drücke und den Regler anfasse, dann seht ihr wirklich, was effektiv schwarz ist. Und ich gehe jetzt hier einfach zurück, weil mir das optisch auch nicht gefällt, sodass gerade so hier dieses eine Nasenloch so ein bisschen schon schwarz wird. Und ja, so sieht es schon ganz cool aus. Jetzt haben wir den gleichen Regler noch für weiß. Da können wir auch mit der Alt-Taste arbeiten. Und hier hat man, wenn man nach rechts geht, sieht man, dass hier erst die Rot-Kanäle ausfressen. Ringsrum sieht man so ein bisschen die Gelb-Kanäle. Und da, wo die Flächen ganz weiß sind, da ist im Bild definitiv keine Struktur mehr. Also wenn ich das jetzt so lassen würde und dann habe ich genau an dieser Stelle halt einfach einen weißen Fleck. Da ist kein Fell mehr, da ist gar nichts mehr. Also gehe ich hier mit der Alt-Taste wieder rein und reduziere mir das so weit, dass ich hier auf jeden Fall noch Struktur drin habe. Und dann sieht es auch wirklich wunderbar aus. Jetzt gibt es noch einen Regler Klarheit, Dynamik und Sättigung, also drei Regler. Einen für die Klarheit. Was macht die Klarheit? Klarheit steigert mit dem Kontrast der mittleren Helligkeit. Also in diesen Helligkeitsbereichen, was für diese Helligkeitsbereiche sind, da kriege ich ein bisschen mehr Kontrast rein, ohne den äußeren Kontrast, also hier die Augen oder das Weiß in dem Fellbereich zu steigern. Wenn ich jetzt hier mit dem Regler ein bisschen nach rechts gehe, wird das einfach alles ein bisschen, wie der Regler sagt, Klarheit, wird es einfach ein bisschen klarer. Man kriegt aber so ein kleines bisschen eine Schwärzung rein ins Bild. Da ist bitte aufzupassen, dass wenn ihr mit Lebewesen, mit Hunden, Tieren, Menschen arbeitet, dann ist man da relativ schnell, ich stehe mal ganz nach rechts rüber, kriegt man so einen verschmutzten Look irgendwie und das sieht nicht immer schön aus. Also für mechanische Sachen, für Fahrzeuge, Architektur und so weiter, kann man das wirklich wunderbar nehmen und kann den auch relativ weit aufziehen, den Regler. Aber hier jetzt bei dem Hundchen würde ich es nicht übertreiben. Die Dynamik kann man noch ein bisschen anziehen. Das ist ein Regler, der die entsättigten oder die nicht so stark gesättigten Bereiche im Bild mit der Sättigung verstärkt und dementsprechend so ein bisschen so eine Art Sättigungsausgleich im Bild schafft. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr angenehm aus. Die Sättigung selbst, wenn er da im Prinzip, ich kann es mal machen, wenn er damit hochgeht, kriegt man Verfärbungen ins Bild, die wirklich alles andere als schön sind. Also mit der Sättigung hier ein bisschen vorsichtig umgehen, dann eher mit der Dynamik arbeiten und da kriegt er schon sehr schöne Sättigungsbereiche in das Bild rein. Ja, im Prinzip sind wir eigentlich mit dem Hundchen soweit fertig. Ein bisschen ein störender Nebeneffekt bei der ganzen Geschichte, die wir hier abgedunkelt haben, ist, dass wir natürlich auch den Hintergrund abgedunkelt haben und das wollen wir eigentlich nicht. Das Hundchen soll ja vor Weiß sitzen, also hellen wir einfach den Hintergrund hinten dran wieder ein bisschen auf. Wir nehmen den lokalen Pinsel hier zu, den klicke ich auf die Spitze und dann geht hier so ein Bedienpanel auf. Mit dem Doppelklick auf Effekt setze ich alle Regler auf Null zurück. Und jetzt kann ich hier mit diesem Pinsel einfach ins Bild klicken. Ihr seht in der Mitte ist so ein kleiner Knopf mit einem Plus. Wenn ich einmal klicke, setze ich ihn ins Bild. Im Prinzip ist es nichts anderes wie bei Photoshop die Ebenen. Ich habe hier jetzt eine Bearbeitungsebene gesetzt und kann mir mit dem Pinsel hier ins Bild eine Maske reinmalen, wo im Bild jetzt im Moment noch gar nichts passiert, weil die Regler alle unberührt sind. Das heißt, ich male diesen Effekt ins Bild, der hier aber nicht eingestellt ist. Dementsprechend bleibt das Bild unverändert. Ich kann mir aber die Maske anzeigen lassen. Wenn ich auf die O-Taste drücke, dann kriege ich gezeigt, was ich gemalt habe jetzt in Rot. Kann ich auch wieder ausschalten. Geht auch hier unten links in der Leiste unter dem Hundchen. Habt ihr Überlagerung für ausgewählte Maske anzeigen. Könnt ihr ein Häkchen setzen und kriegt das angezeigt. Häkchen wieder weg. Ist es wieder weg. So, jetzt können wir diesen Bereich, den wir bereits maskiert haben, können wir verändern. Jetzt möchte ich ja die Lichter aufhellen. Also ziehe ich die jetzt einfach mal auf Anschlag rüber. Und man sieht, es wird schon ein bisschen heller. Und mit der Belichtung kann ich es jetzt richtig weiß machen. Allerdings will ich auch die Belichtung nicht mehr hochziehen, als ich brauche, um es weiß zu machen. Weil natürlich die Randbereiche dann umso mehr gestresst werden. Also klicke ich mir im Histogramm. Habe ich hier diese so ähnlich wie die Blinkys in den Kameras. Kann ich mir dieses Dreieck hier anklicken. Dann kriegt das so ein weißes Rähmchen. Und dann kriege ich angezeigt, dass jetzt an der Stelle, wo die rote Überlagerung ist, ist wirklich absolute Weißfläche vorhanden. Keinerlei Zeichnung mehr da. Jetzt gehe ich mit der Belichtung so weit runter. Wenn man die Belichtung hier auf Null runter setzt, sehen wir, es ist nicht richtig weiß. Und dann gehe ich hier hoch. Und dann sieht man schon, wie langsam das wirklich richtig flächiges Weiß ist. So, und mit der Einstellung kann ich das Häkchen jetzt wieder hier aussetzen. Jetzt weiß ich, dass ich mit meinem Pinsel hier effektives Weiß reinmale. Und gehe jetzt einfach hierher und male um das Hundchen hier rum. Und male mir den Hintergrund weiß. So, ihr seht, ich habe eine weiche Kante, um das hier zu verwenden. Und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich jetzt mit dem Weiß nicht über den Hund male. Das würde passieren, wenn ich diese automatisch Maskieren-Funktion ausschalte und male jetzt hier lang. Dann strahlt sich das ins Fell rein, was ich hier mache. Und das Fell wird auch eben um diese Werte, die hier eingestellt sind, aufgehellt. Ich gehe einfach mal die zwei Schritte wieder zurück. Und automatisch maskieren bedeutet, dass Lightroom aktiv nach Kanten und Kontrast- und Farbkanten sucht. Dies eben in der Zuteilung des gemalten Effekts dann dementsprechend trennt voneinander. So, und das sieht wirklich ganz prima aus. Hier sind jetzt die Schnurhärchen vom Hundchen so ein bisschen weggegangen. Da kann ich jetzt innerhalb dieser gemalten Maske einfach sagen, okay, ich mache die Tiefen, ziehe ich ein bisschen nach unten und dann kommen die wieder so ein bisschen zurück. Wenn ich das jetzt mal auf Vergrößern gehe, dann sind die wirklich hier alle, sind alle da, alle vorhanden. Kann eventuell mit der Belichtung so ein ganz kleines bisschen noch runter gehen. So, ich will das auch im Weiß lassen. Jetzt haben wir wirklich die Haare wieder alle gerettet. Wir haben hier ein ganz tolles, ganz sauberes Fell gegenüber dem weißen Hintergrund. Mehr kann man eigentlich nicht erwarten. So, jetzt schließen wir das Modul wieder und im Prinzip sind wir mit dem Bild jetzt fertig. Was man machen kann noch oder was man machen sollte, ist natürlich unter den Details noch ein bisschen nachschärfen oder überhaupt schärfen. Man darf nicht vergessen, dass wir hier bis jetzt noch keinerlei Schärfung vorgenommen haben und das Bild auf dem Sensor eigentlich zu unscharf ist. Also zu einer JPEG-Umwandlung ist es immer so, dass doch eine relativ deutliche Schärfung vorgenommen wird und das müssen wir hier jetzt schon auch noch machen. Und dazu nehmen wir in dem Schärfenregler den obersten den Betrag und ziehen den einfach ein bisschen nach rechts. Ich würde sagen, hier können wir irgendwo so bei 70, 75 sein. Und wenn man da jetzt mal den Vorher-Nachher-Vergleich anguckt, so ist vorher und so ist nachher, sieht es doch schon richtig, richtig gut scharf aus. So, und das ist unser Bild. Ich würde sagen, damit sind wir fertig. Es gibt hier noch viele, viele andere Funktionen, Effekte und Möglichkeiten, die wir haben. Aber für dieses Bild wäre mein Workflow damit jetzt abgeschlossen. Ich hoffe, ich konnte euch da ein paar Anregungen geben und es hat euch gefallen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.